Ja, ich hatte nur eine Scheiße. Ich wollte ihn schön von hinten überraschen und was ist das steht da auf einmal bespawn das Sack. Sehr geil. Weil ich wirklich einmal alles schossen hab und alles bemerkt hab. Oh Scheiße, falsche Waffe. Sorry, diese Runde ist auch nutzlos für euch. Ich hätte einen Trailer Detektiv und... Passt schon. Du hast mich doch getötet. Ja, den schlechtesten Schützen überhaupt. Ich hab dir den Rücken zugewehrt. Ich hab dir den Rücken zugewehrt. No. Ich glaub du hast deine Gefühle verletzt. Yay. Wunderschöne Geräusche. Das ist doch die richtige Reaktion, oder? Nein. No. Ich find das immer so komisch, dass die Waffen hier so einen grünen Rand haben. Ja. Die Schimmel. Ich bin hier. Ich bin hinter dir. Nein, ich bin beim Spawn. Also nicht beim Spawn. Ich bin bei den Kabinen. Ah, okay. Verbarrikadieren wir uns hier drin? Weil Drew... Die Reaktion ist immer noch... Ja. Immer noch... Ah! Da schießt du da. Ah! In die Luft. Oh, guck mal die Dinger. Bitte die Händschutzlöcher. Was hast du? Einen MP7. Ich hatte gerade einen MP5 Navy und jetzt hab ich einen MP7. Willst du wissen, dass ich... Ah, ja. Du hast auch einen MP7, oder? Wie weißt das denn? Moment, warte. Ich hab's gesehen. Das ist... Also du brauchst halt einen Schaden. Ich weiß nicht, Alex. Ich komm hier nicht durch. Meine Gü- Mach mal die andere Töne. Ja, tu das. Ey. Oh, scheiße. Ey! Okay, ich störe euch nicht. Ich war nicht da. Wie das klingt. Okay, ich störe euch nicht. Sagen wir mal, dann nehmt euch ein Zimmer. Oh, hier ist ne Leiche und da hinten ist Drew. Kombinationsgabe. Was übrigens auch nicht. Ist das hinten? Na toll, das ist Editha. Ich vertraue dir nicht, Drew. Ich störe euch nicht. Geht nicht. Oh, das geht. Kannst du ziehen. Ich geh weg von dir. Ja. Ah, okay. Kannst du weg von dir. Weg von dir. Kannst du nicht schieben. Nein, wie denn? Mit Linksklick, Alter. Jetzt kippst du die mit draufbombe. Ja, hier ist noch eine. Ja, Schluck. Was hast du für ne Waffe? MP5 Navy. Mit was wurde, wie auch immer, umgebracht? Der Dieter? Keine Ahnung, ich hab nicht nachgeschaut. Das war eine Silence AWP. Oh, okay. Deswegen ist die noch voll, hier. Kannst gucken, der BT. Ja, schön, ne? Schöne Waffe. Du, wenn er mit einer Zeit ist, wenn er mit einer Zeit ist, der AWP gekillt wurde. Das ist ein bisschen ungünstig. Das heißt, eine Traitor hat wieder seinen Schuss weg, dieses Dude. Man muss dazu sagen, ich war in der Nähe. Also, als Alex die Leiche gefunden hat. Man weiß ja nicht, wie lange das schon her ist. Das kann ja schon fast direkt nach Beginn gewesen sein. Moment, steht das nicht? Ah, ich wollt grad sagen. Das steht da, wenn der Detective den untersucht. Also, wie lange die Leiche schon tot ist, glaube ich. Ich glaub, das steht da. Ey. Ey, wer, was, wo? Das weiß ich nicht. Tschüss. Ich komm irgendwann später. Wir lassen die da alleine mal hier was auch mal machen. Ich weiß nur, dass ein Tisch umgekippt ist. So, der in den Bunker kommt, stirbt. Okay. Oh Gott. So. Ansonsten leben aber noch alle, oder? Eki? Alex? Ja. Ja, ja. Einwesen. Ich verlebt auch noch. Noch. Der Ton liegt auf noch. Ey, auf mich wird geschossen. Dessert, du lebst auch noch, oder? Ich bin hier kaputt geschossen, Mensch. Hier kam letzt... Ja, ich rede mir die ganze Zeit. Ich bin eigentlich tot. Mir leid. Ich hab die Regeln vergessen. Dessert, 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 Dessert. Was ist da? Alex, 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 Alex. So, jetzt. Auch noch kurz ne Kiste? Leave me alone. Nein. Leave me alone. Ähh. Kisten. Oh Gott. Meint ihr auch wieder hinstellend? B Weister. What happened? Die Kiste, grab dich! Hi. Kann immediate raus. Geister! Geister! Das wär lust적 darbe. Ich schätz ja. Ja, das wär's. Jo, 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 Jo... Jo, Jo, Jo... Eva, 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 Eva... Ah! Können die da nicht rein? Warte, ich geb den Moazecode. cooperative? kürzelt abhértig abhört und abhört und abhört und abhört und beurte gehört ak nur dieқley party pröbel der Mordkirche ja oder so in den 71 folgender die ja errechtet alles tut und erlebt auch in diesen Wesen Alex 있 ich bin auch noch da um das sind da ist um einer aus Das ist ja markt-tot. Okay, dann sollten die Traitor mal was machen. Nein, ich muss nichts machen. Also, Jules Traitor. Heееee? Oka? Aber ich auch. Nein, ohne die. Einfach nur Bütje. Bütche? Bütche. Erbt einfach nicht und dann ist gut. Okay? Doch, die Traitor dürfen wohl sterben. Außer der Traitor sitzt hier bei mir im Raum. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber selbst dann wird es eben nicht bringen, weil hier ist nur eine Person- Er kann dann nur mich töten und wenn ich tot bin, dann wisst ihr wer es ist. Ja. Ja. Das gleiche zählt für Chaya. Ja, das geht doch. Wir treffen uns immer wieder scheint es. Wir treffen uns immer wieder. Wo denn? Äh, 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 äh. Auf neunen Wiesen im Sonnenschein. Du Klatsch. Ich werf nur ne Diskambulator hier rein. Dankeschön. Du. Wo ist es? Du ist es. Du ist bei uns. Ach, das macht ihn automatisch zu Traitor? Du ist immer noch bei uns. Ja, ich kann gehen. Oh Mann. Ja. Ja, dann geh. Oh. Ah. Ah. Ach. 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 Die Kisten verstören mich. Es sind zwei tot. Hier sind zwei Kisten, die sich bewegen. Ach was? Schon die ganze Zeit. Und es verstört mich. Eki, lebst du? Julian? Ja. Eki? Okay, Eki ist tot. Ich war hier bei Juri. Juu sagt immer so früh, dass jemand tot ist. So als wüsste er es. Ich hab's doch gerade gesagt, weil du es so gerade festgestellt hast. Und er nicht geantwortet hat. Ja, er hat zwei Sekunden lang nicht geantwortet. Und schon ist tot. Oh, 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 oh. Ah. Julian? Oh, 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 oh. Geh weg, geh weg. Ich geh nicht weg. Du, please geh weg, ich treff dich ja noch nicht mal. Scheiße. Ich stehe leider auch nicht, Reino. Julian. Oh. Julian, Julian, Julian. Alter. Es ist übrigens, äh, Eki. Stoppst du mal, Alter. Wie nützlich ist denn die Headhide Rifle? Ich hab dir dreimal den Shot gegeben. Gut, da müssen wir natürlich auch nochmal drüber reden. Wenn man nicht confirmed ist, sollte man vielleicht auch nicht in Gegenstände gehen. Weil sonst wären die halt niemals jetzt darauf gekommen, weißt du. Eki. Okay. Oh Mann, Alter, das Ding ist so scheiße ungenau. Oder irgendwo hingehen, wo grad keiner ist. Ich hab grad Alex dreimal da oben den fucking Headshot gegeben und er stirbt. Oh Mann. Also das Problem, wenn ich sagst, dann weiß ich, dass es stimmt. Das Problem ist, Tote können ja immer noch töten, ne? Oh, lustig. Ja, das ist ja ein bisschen nützlich, doch. Bei einem Alex, wo du gesagt hast, ich bin's nicht, wollte schon sagen, du Alex, aber kennst du eigentlich das Spiel Alle gegen dich? Ach, ne, ne, ne? Was? Na, Iki, kennst du nicht noch das Spiel Alle gegen dich? Meine, Klammer, die Regeln. Bov, tu mir mal kurz nen Gefallen und sag mal, es ist ein Jew. Ja, ich meine. Bill? Ja. Okay. Ich will das mal aber wirklich, wenn ich mich brauche. Ach, ach, Alex, zu deiner anfänglichen Frage, ne, das Rutschen ist ein Traitor-Test, weil hier irgendwo so ein Geräusch dann immer kommt, wenn ein Traitor da rutscht. Und die, der Lächerstrahl oben, grün, oder? Nur mal so zur Info. Ja, du darfst hart hart rutschen gehen. Äh, der beim, beim Innocent kommt dann, bumm, und beim, der Marke kommt, Ich kann das mal ganz kurz demonstrieren. Dass du die Frage jetzt noch beantwortest, Julien, verwundert mich grad so ein bisschen. Ich wollte es dir bloß mal anpacken. Und zwar in Innocent. Ja, ich ja nett und alles nur, alter. Es fällt mir gerade so ein, weil ich jetzt hier wieder an der Rutsche vorbeigelaufen bin. Ich weiß, ich hab so... Time. Time, to answer some questions. Habt ihr es gehört? Traitor-Geräusch. War das jetzt für den... Das ist das Traitor-Geräusch. Ja, ich als Sehnte darf das ja wohl. Ja, okay, es ist richtig. Da hat das Traitor-Geräusch gehabt. Hat man gehört. Oh, hier war Schäße! Ja, Julien schießt in die Luft. Und, Joe? Du lebt, denk ich noch. Du? Mein. Okay. Sag doch, lebt noch. Es wird euch schauen. Ach, mein. Boah, icky. Was machst du denn da, du... Ey, hör auf. Du lebst.